Ich bin Schmache und ich bin BastiGHG. Ja, und das ist das Universe Team. So, da sind wir auch schon wieder und ihr seht, ey Freunde, das ist eine Augenweide. Das ist halt echt das Geile an diesem Server, dass es halt so viele Pilze gibt und dass es sich einfach auf SupiP spezialisiert und so hätte eigentlich HG halt immer sein müssen. Und das ist einfach ein extremer Traum. Finde ich auch, ja. Auf jeden Fall, supergeil. Wie geht's so Supi? Man fühlt sich direkt hier wohl. Ne, ist aber echt so, man. So direkt so volle Prachtpilze. Ja, ist echt geil, man. Direkt zack, jetzt habe ich meine 40. Vor allem, du kannst auch Gras abbauen und dann kriegst halt auch Suppen, was halt ein bisschen, naja, unlogisch ist. Ist eigentlich ein bisschen OP irgendwie, ne? Also wenn du so wegläufst und dann nur, obwohl eigentlich okay nicht. Ja, du kriegst jetzt nicht so viele da draus, deswegen geht's eigentlich voll klar. Bevor jetzt irgendwelche Kommentare kommen, wegen der Angel, ja, ja, nein, also das ist halt das einzige Free Kids, was sich halt, ähm, was halt eigentlich gut geeignet ist halt, wenn Leute halt wegrennen, so, wisst ihr, den halt wieder ranzuziehen, ist halt das Fisherman, so wie ihr es halt auch kennt. Also wenn ich da mit einem, ähm, ranfische. Ja, ja, Basti. It's Basti, it's Basti PvP. Ja, okay, ähm, Gott, ich hab ein Stick, äh, rote. Äh, ich bin bei minus 70 und minus 100, circa. Komm mal, ähm, ich bin wieder am Spawn. Das Einzige, was mir nicht gefällt, ist, dass man im Spawn campen kann und dann daraus stompen kann. Ja, und die Tower richtig OP, finde ich. Also wir hatten da... Ja, generell Tower sind einfach unnötig, finde ich. Vor allem hier sind die Server halt manchmal echt ziemlich leer und dann, wenn du versuchst, ein Gameplay aufzunehmen und dann sind noch, hey, die Hälfte Tower im Spawn, ist halt mega langweilig. Ja. Und wir sind ja da, um euch zu unterhalten. So, ich mache direkt mal Post und Steinschwert. Machst du mir eins mit, ja? Jo. Merci. Sag nochmal kurz. Minus 70, minus 100. Minus 70, minus 100. Ich komm gleich. Jo, wäre perfekt. Zack, zack, zack. Sag mal deine Chords. Äh, minus 23, minus 72. Trackst du mich zu? Ich track leider nicht dich. Seidig, seidig. Komm her. Hier. Jo, dann würde ich mal sagen, äh, es geht los mit, äh, Bastis 1v1 Serie. Ja. Mal gucken. Ich track halt tausend verschiedene Leute und der Tracker ist halt hier auch richtig komisch und ich glaube, das ist eh ein Tower. Ja, Switcher, guck mal. Pass auf. Oh. Schlechter Tower. Einfach Drifter, oder? Ja. Ja. Oh, oh. Oh Gott. Hier, lauf davon weg, lauf davon weg, das ist mega okay. Ja. Nicht mehr. Oh, egal, es ist noch einer. Ist weg, jetzt, jetzt kannst du dich zerstören. Ich hab dich, ich hab dich. Warte. Ich recraft mal kurz. Toma, äh, äh, äh. Ich hab keine Combos. Ich hab irgendwie, ich denk, ich hab irgendwie, ich denk die ganze Zeit, dass es über uns halt so ein Tower ist. Ähm, ach so. Lass mal hier weg. Ne, ne, ich glaub hier ist es safe. Warte, ich mach mal ganz kurz ein paar Bowls. Oder hast du richtig viele? Ja, lass mal mehr Bowls machen. Warte, ich hab Holz. Obwohl, weißt du was? Ich spar mir die Bowls. Ich hab... Also, ich hotkey nur und dann... Man, was mach ich denn hier? Guck mal, der hat holt sich. Ich krieg drauf einfach nicht. Ähm. Musste ich kurz muten, oder was? Okay, das war ein eindeutiges Ja. Ne. Doch, hier liegen Wurz, guck mal da. Oder hast du das gebacken? Ähm. In so nem Türbereich und dann... Ey, warte mal. Ich mach mal den Schneeball. Der Schneeballer. Warte. Oh, bitte. Ja, schön, Digga. Ahaha, du hast ihn gekillt. Der Ding ist... Und der ist Viking, Achtung. Willst du ihn 1v1? Achso, ja. Das ist aber OP, ne? Ja. Gott. Schade, stimmt. Traps sind meine Sache. Ja. Juda. Ja, gut. Ich hätte jetzt gedacht, das war nicht tief, oder? Soll ich da jetzt rein? Da ja. Mach du mal. Mach mal du den... Warte, ich hab ne bessere Idee. Warte, nein, oh mein Gott. Wenn du in der Hütte brauchst, sag gescheit. Sag direkt. Oh, das ist geil. Ja, das ist geil. Du bist direkt safe. Der ist nicht schlecht, du musst weglappen. Du bist cool? Ja. Ich wollte eigentlich ihn noch ziehen. Unter-Schutz. Ach so. Oh, diese Zeit ist schön. Das klappt ein bisschen eklig, ne? Warte, jetzt fängt ich auf den Gott. Boah, Schnell. Jetzt zieh mich hoch, Brudy. Beam me up, Spock! Okay, nice. Hast du Blöcke? Ich habe Blöcke, aber ich muss erst... Ja, okay, ich nur die Blöcke. Hier, nimm. Warte, ich steck mich hoch. Ah, geht gar nicht. Okay. Bleib mal stehen. Oh, da kommt ein Team. Oh mein Gott. Oh mein Gott, du musst mich hochziehen. Ich hab keine Blöcke. Ich bin... Ja genau, bleib unten. Fuck. Leck. Das war ja nicht Absicht, aber ich tu das einfach so. Warte, ich hab dich gerecraftet. Okay, jetzt. Warte, bleib... Warte, soll ich dich runterziehen? Ja, zie mich runter. Lass mal irgendwo eine gute Position machen. Hast du noch rote Pilze? Ja, hier. Danke. Okay. Ich wär bereit. Auf geht's. Okay. Gut, dass sie alt... Hopp. Den Schmockynerp. Gehen wir hoch? Ja, weiß halt nicht. Warte, ich würd mal ganz gerne einen hochziehen. Come down, 2v1. Äh, 2v2. 2v1. Pass auf. Oh, ich hab... Ja! Fokus nicht, hast du? Oh Gott. Ich tu grad nicht zu viele Suppen. Alter, wie sie dich fokussen. Mhm. Muss auch gleich recraften. Einen hab ich. Keine Suppen mehr. Oh Gott. Oh Gott, keine Suppen mehr. Ich muss recraften. Nice, Digga. Haben wir. Ich hab... Ich hab Standbilder. Gott, gleich muss man... Hier, ich hab ihn gegriffen. Loi. Besser Fight mit Legs, Alter. Legs sind wir noch? Hier ist noch einer. Nee, das ist ein gebackter Spieler. Schön. Du kannst dir nicht vorstellen... Warte, ich hab Standbilder wie... Asfak? Immer noch? Warte, jetzt geht's. Aber im Kampf war es halt nicht gerade geil. Oh nein! Ist auch so ein schöner Fight. Egal. Ich mach den... Na klar, Junge, das nehm ich hier alles mit drin. Wulle. Juh, das leben wir noch ein paar. Ich würd sagen, du stagst dich raus. Oder wollen wir noch Eisen fahren? Es leben halt noch echt vier Leute. Es ist halt... Nee, weißt du, wir machen YOLO. Wir sind keine Eisen-Farmer. Obwohl ein Eisenschwert... Ach egal. Guck mal, da oben ist auch schon einer. Da oben ist einer. Ja, der Riden, ja. Moin. Aber der ist nicht so gut, glaub ich. Ich hab dir vorhin getushottet. Okay, 1v1. Du machst 1v1. Ja, letztlich mal ausm... Gib mir mal rote Pilze, bitte. Mann, das leckt grad. Ist das besser? Was ist Inferno? Das ist so wie Gladiator. Soll ich dir alle meine Pilze geben? Gib mir mal ein Steinschwert. Naja, wenn ich halt diese Standbilder habe, hab ich ja auch keinen Bock. Warte mal. Kommen die dann her plötzlich? Was macht der denn? Ich weiß auch nicht, der macht ein Haus. Wie in so einer Warteschlange. Warte, ich breche. Warte, ich breche. So. Kommen wir gehen raus. Hoffentlich entfernt er dich. Hm, hoffentlich. Ja. Gut luck, Basti. Ich weiß, du kannst es. Oh Mann, dieser Feuer! Ja. Mute mich. Ja, würde ich mal keine Legs haben. Mann. Hm. Wow. Das hätte ich mir jetzt spektakulärer vorgestellt. Aber ich weiß auch nicht grad, was mit meiner Aufnahme los ist. Irgendwie. Ja. Egal, Freunde. Ihr seid es von mir gewohnt, dass bei mir HG immer irgendwas, immer irgendwas schief läuft. Und, naja. In dem Fall. Aber, ganz ehrlich, ne? Ich nehme sonst alles auf. So. Und es leckt nie. Wenn ich jetzt einmal irgendwie was gut läuft, so eine richtig schöne Runde HG, die leckt. Ist halt wieder so ein typisch, ne? Ja, Schwocki. Pass auf, du hast ein Tower. Warte, ich war die ganze Zeit gemutet? Ja. Ah, ich hab so viel gesagt. Oh nein. Junge, es hat da oben richtig gelegt. Ja, bei mir lagts gerade auch ein bisschen. Ich weiß. Ich wette, der ist Stumper. Ja. Sieht ein bisschen so aus, ne? Oh ja, save mich mal. Save mich mal und ich stack mich hoch. Okay? Mhm. Oh nein, warte, du bist weg, du bist los. Okay, go. Oh Gott. Also, er hätte grad stumpen können, das wäre der perfekte Moment gewesen. Come one to one. Promise. Ich wette halt Schiss, dass jetzt hier so ein Firerun kommt. Nicht, dass sie jetzt reißt, ne? Weil du zu hoch bist. Er taucht sich weiter hoch. Siehs los, siehs los, du musst, nein, du musst dich safen. Save dich. Oh nein, 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 nein. Bau dich ein, Digga. Hab ich. Aber jetzt bin ich out of blocks. Oh man, soll ich auch noch runter wieder? Guck mal, in der Schlucht ist Wasser, ne, da kommst du nicht hin. In der Schlucht ist Wasser, aber das triffst du? Weiß nicht. Wo denn? Richtung 1 musst du dafür. Oh Gott, richtig schön spawnt, alter. Ich hasse Tore. Ich mag die. Boah, Junge. Der Jumper? Ich hab aber keine, keine Blöcke mehr, ich komme. Ja, tu mir leid, das kannst du auch alles kacken. Er fällt runter. Oh. Hä, wie schnell ist er hochgekommen wieder? Oh ne, haben die jetzt auch sowas wie Pillar, oder was? Ich würd aufpassen, weil ich riech die For Iron Zone. Und ich riech den längenden Basti. Oh Gott, es leben noch so viele, eigentlich müssen wir jetzt Eisen fahren. Eigentlich müssen wir jetzt einfach mal voll schwitzen und gegen... Lass mal, wenn wir For Iron Zone sind, lass ihn halt einfach richtig richtig tun. Ich bin Schmacki. Und ich bin Basti GRG. Wolltest du was sagen? Ne, das müssen wir gar nicht sagen, jetzt besorge ich nur noch... So, get your fingers out of my fucking face. Ja. Ich dachte, du warnst mich. Aber nein. Ah, wie soll ich dich denn da warnen? Ja, ich dachte, du schaust noch auf. Aber du bist wahrscheinlich weggelaufen, oder? Ja, ich bin halt nicht permanent. Ja gut, das kannst du auch nicht wissen. Egal, dann gewinnst du die Runde jetzt allein. Oh, jetzt mach ich die For Irons allein. Ja, oder du machst noch einen Patrick-Basti GRG und fachst noch reißen. Alter, wie haben wir ja meine Rod ausmoved. Krass, der Tower. Ich mag die. Und ihr mein Lieben, ich verabschiede mich nun hier von der Runde Hardcore Games und... ...wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ja. Hä, du hast aufgenommen? Nein. Du bist doch noch dabei, ich nehm nur noch auf. Ja, ich weiß. Hä? Nein. Ich geh aber kurz in die Küche rum mit dem Wasser. Nein. Ne, ich bleib da. Aber ich wünsche, ich könnte spektaten. Nein. Hat er sich jetzt grad ernsthaft... ... 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 Ja, er ist einfach weg. Ist er geleckt und er war weg? Oh nein, da ist er. Oh Gott. Ich bin... Nope. Schnippel, schnippel, schnappi. Mann, warum lege ich denn die ganze Zeit auch? Ey, es ist der größte Abfucker, den ich jemals im Spiel gesehen habe. Oh Gott. Alter, du bist so ein ekliger Typ, Mann. Was macht er jetzt? Ich hab ihn gekillt. Aber es war knapp. Ja, das würde eh vollarmen sein. Oh Gott, hier ist das Fiest. Wer lebt noch? Äh, ein Typ mit einem Dia-Schwert hier. Oh Gott. Hm. Ich habe gerade ein Zickzack-Intro gesehen. Was passiert gerade? Basti? Ja. Was passiert? Oh mein Gott, ich habe den Typ mit dem Dia-Schwert. Nice. Der Baba ist hier? Ey, das kann echt noch was werden, aber ich habe es Dia-Schwert nicht gekriegt. Oh nein. Ich habe ihn halt mit Fischermann in so ein Lava-Dings getrippt. Oh, der Fischermann. User in your channel timed out. Okay, der Geschmack ist ausgeteimt. Das muss ich ja... Als wenn jetzt Team, oder? Ja, okay. Ja, wir hätten wohl doch schon früher Eisen farben sollen. Aber das jetzt halt auch noch Team ist halt das ekligste. Da können wir halt nichts machen. Also da kann ich halt jetzt nichts machen. Bem, man. Oh mein Gott. Ist ja nicht genug. Sanft keine Schmerz zu haben. Nicht die Aufmerksamkeit. Und das ist ja nicht genug. Nein, ich habe auch schon viele Zeit. Wir machen keine Spuren wie in der Linie. Steigen! Ja, wir sind unsere Kölner. Und jetzt ein Wachstätig. Wir machen die Spiel zum Thema. Und hier nicht die Gründe. Jetzt wird es gut, ich werde schon beim Fischern. Ich bliefe ich in der Treppe. Ich würde das an die Welt. Ich würde mich auch hier in der Kirche. Und jetzt habe ich die Musiken. Ich musste irgendwie eine Ravine oder so finden. Zumindest Sieht's nicht so gut aus Für den Basti GHG Habe ich den? Er ist auf jeden Fall Alleine, das gefällt mir schon mal besser Aber hier ist halt wieder der Nachteil Ja, was ist denn das? Gut, wenn es euch gefallen hat, lasst trotzdem eine positive Bewertung da Wir sehen uns im nächsten Video, bis dahin Hau rein und ciao